Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription, dem weirdesten Game, das ich jemals gespielt habe. Es ist ziemlich komisch, wir haben gestern, äh gestern, letzte Folge wieder komische Video-Files gekriegt und so. Schaut auf jeden Fall in der letzten Folge vorbei. Jetzt sind wir hier beim Hermelin, also ein Roboter, aber man sieht ja am Schluss vom 3D-Inscription auf der Karte vom Hermelin sieht er ziemlich ähnlich aus wie der Roboter. Ich bin sehr verwirrt von diesem Game hier, wirklich sehr verwirrt. Mal schauen. Okay, können wir hier lang? Was? Das sind Fragezeichen. Eins, null. Da fehlt was. Ah, äh. 2 Damage. 4 Damage. 3 Damage. 5 Damage. Das Schubbrang auf, ein Schubbach kam aus dem Gerät heraus. Es enthielt zwei Kartenpäckchen. Mechanik-Päckchen. Okay. 1 Damage. 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 3 Damage. 3 Damage. Dry damage, null damage, zwei damage, dry damage, ein damage, dry damage, null, zwei, eins, das sind drei, das ist dann plötzlich nur noch ein damage, zwei damage, dry damage, ein damage, null, null, drei, 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 null, drei, ich müsste irgendwie den dazu bringen, damage zu machen, aber wie? Drei damage, ich komme auf drei, aber nicht auf fünf, ein damage. Ich kann die zwar ganz rüberschieben, aber das bringt es, gar nichts. Zwei damage. Null. Zwei, einen, drei, immer noch drei, meine Fresse. Einen. Das ist gerade ein ziemlich weirdes Rätsel hier. Drei. Drei. Einen. Zwei. Null. Ich frage mich halt, warum ich, wenn ich das so hoch schiebe, dass es auf null absinkt. Einen. Einen. Der ist flugabwehr, muss zurück. Das Siegel kenne ich halt nicht und der blockiert komplett. Drei. Einen. Drei. Drei. Drei damage. Drei damage. Ich komme nicht drauf. Das ist die Lösung hier. Oh, so. Das Schloss ging auf und ein Schubfach fuhr heraus. Es enthielt zwei Kartenpäckchen. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, ich finde anderes Zeugs, aber... Drückt er hier Massen an Karten? Du durchschäbelst die Schrott-Karten und fandest ein Kartenpäckchen. Hier drüben finde ich hier Wasser. Hier ist nur der Händler. Möchtest du handeln? Äh, ja, komm, gib mir ein Kartenpäckchen. Perfekt. Ich bin so verwirrt. Ich habe hier alles durchsucht. Hier ist jetzt auch irgendein Rätsel. Ah, so, okay. Was hat das jetzt gebracht? Da oben muss ich noch eines aktivieren. Eins, 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 eins. Ah, das ist... Ah, ich muss das zusammenrechnen. Damit das insgesamt sechs ergibt, oder so. Äh, ich craft mir kurz ein neues Deck. Weil das hier ist... ... genau gar nichts. Äh, ich glaube, wir müssen ein bisschen mit Elektronik kämpfen. Falls Energie Teilnis eines geschlossenen Stromkreises ist, erschöpft sich... ... erschöpft sich... ... deine Energie nie. Schirm, zahl deine Energie, wenn die Kreatur gegenüber vom Plastwort Schirm zu einschaden. Mach einfach mal alles rein. Okay. So, abort. Wir nehmen dann einen grossen mit. Mal schauen, wir müssen höchstwahrscheinlich fighten. Was gibt es? Was willst du? Kannst du nicht sehen, dass... Ich bin sehr beschäftigt hier. Was? PO3 ist mit meiner Produktion nicht zufrieden, aber ich bin nur die Prüferin. Um bessere Bots aufs Band zu bringen, müsste ich... Wer bist du eigentlich, dass du Anweisungen von PO3 überbringst? PO3 würde nur jemanden dran, der bei Kartenspielen ein bisschen was... ... drauf hat. Ich bin sehr beschäftigt, aber ich muss wissen, ob du berechtigt bist, mir Anweisungen zu erteilen. Fight. Ja, ich wusste, es ist fight. Wenn eine Kreatur sich auf diesem Feld vor Wachtdrohnen bewegt, leidet sie einen Schaden. Erschossen. Zwei Energie. Ich muss Energie bezahlen, um zu dingsen. Ich gebe einen Schuss ab. Einen zweiten bitte. Danke, dann ist das hier weg. So. Mach dran einen Fernschuss. Hat sich was bewegt. Äh... Schuss. Aha, die sind nicht gegenüber, die Kreatur. Äh... Bonk das Teil mal hier. Ich glaube, ihr leidet die sich entgegenstellende Kreatur sowie benachbachte Verbündung der Kreaturen zehn Schaden. Oh, das ist eine Bombe. Okay, der löscht ziemlich viel aus. Äh... Zwei Energie brauche ich. Warte mal. Wir warten kurze Runde. Pfff... Uh, fast draufgegangen. Holy. Mach den hier hin. Und deck einfach mit denen, falls Damage reinkommt. Perfekt. Dann Bonk den hier weg. Wenn Frau Bombe ausgespielt wird, füllst du alle leeren Felder mit Sprengbots. Ah, okay. Boah, das ist eine komplette Seite gekillt. Kurvenspringer. Keine Ahnung, was der Kurvenspringer ist, aber ja, hier. Äh... Bonken wir das Eichhörnchen tot und machen die Mäuse hin. Mehr als genug Damage. Perfekt. Sehr gut. Das scheint gar nicht mal so ein schlechtes Deck zu sehen. Ach du meine Güte, deine Nachricht von PO3 muss authentisch sein. Wie erwähnt, bin ich nur eine Prüferin, keine Ingenieurin, keine Konstrukteurin. Ich kann keinen neuen Bots auf dem Band verschicken, aber ich... Ich kann mich selbst schicken. Ich bin stolz, PO3 neu gedient zu haben. Es war mir eine Freude, Fremder. Okay, es hat sich jetzt selbst auf... Aufs Ding geworfen, aufs Förderband. Okay. Was ist hier drin? Oh, ein Päckchen gefunden. Sehr nice. Hier ist es wahrscheinlich auch ein Päckchen, wie das alles aussieht. Jep, auch. Perfekt. Okay, müssen wir hier wieder Codes. Zwei von vier. Eins, zwei, drei, vier. Fertig. Okay, ich bin nur zwei. Eins plus zwei. Okay, ich bin nur zwei. Erst. Nur zwei. Also... Zag. Plus null. Zag. Minus eins. Gleich Stromausfall. Gleich Stromausfall. Ich bin nur zwei. Zag. Plus. Minus. Ich bin nur drei. Ich bin nur drei. Ich bin nur drei. Es gibt vier. 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 Das gibt acht. Es gibt drei. Es gibt Stromausfall. Es gibt vier. Es gibt drei. Drei. Es gibt wieder nur drei. Es gibt vier. Es gibt vier. Es gibt vier. Es gibt sieben. Es gibt drei. Es gibt drei. Es gibt drei. Es gibt. Es gibt irgendwie zu hohe Zahlen. Es gibt sechs. Es gibt drei. Es gibt vier. es gibt nur 3 es gibt Minuszahlen es gibt 8 jetzt geht es auf 4 runter auf 3 runter vier bleibt vier gibt drei drei meine güte das rätsel ist mühsam was war das wir sind ich bin die schmelzerin sie schicken mir material und ich ja du siehst wie es läuft die roten schriften wenn direkt übersprungen ich drücke nicht mal drückt nicht mal was kein weiteres wort mehr von dir wir müssen einen kartenkampf austragen okay wir kämpfen jetzt gegen die schmelzerei also was machst du wenn der besitzer seinen zug beendet das hier entsetzen oh mein gott sie haben die dinge zusammen er hat schon die dinge zusammen was ja gut kann ich denn zum sprengen bringen ich kann den stromkreis so vernichten perfekt sehr gut äh rechten angeschlossenen stromkreis ah die zellen nicht aus stromkreis mist das ist ein bisschen doof mach die meise hier hin und mach hier ein ding hin so ihre bomben heini brauch den hammer mach hier das komische ding hin so ich kann das stromkreis gedöns nicht verwenden solange ich kein zweites stromkreis ding hab so äh kümmerl die mäuse bloß mit bomben auf hab mir glaube ich jetzt gerade ein bisschen ins eigene knie geschossen ich hab gerade das komplette geil ich hab gerade das ganze feld ausgelost äh ah einfach alles vernichtet er bat nen goldgräber okay mach die mäuse hin und dann mach hier noch den goldgräber hin so zack weg sich auf ein neues feld äh mäuse easy sehr gut da war es dann gerade hilf mir hervorragender kampf nun davon mal abgesehen weswegen bist du hier p03 will bessere bots schwierig weisst du ich schmelze metall ich kann die stanzmaschine nicht umprogrammieren es gibt eine möglichkeit wenigstens einen neuen bot aufs band zu bringen nein 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 hahaha ja für po3 der ist ein bisschen verrückt kann das sein ich habe jetzt ein bisschen das gefühl als er ein bisschen verrückt ist die schmelze oh gott äh plus plus stromkreisunterbruch oder stromkreisunterbruch plus 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 stromkreisunterbruch plus stromkreisunterbruch ne stromkreisunterbruch 4 stromkreisunterbruch geht nicht ich komme auf 4 hier dann minus 4 äh minus 4 dann da hier und da hier das gibt aber dann 3 das gibt genau 0 ah so das ergibt 3 das wäre gelöst hier lang boah minus 3 da kommt glaube ich das hier an anfang plus zu 0 dann minus wow first try ja mein perfekt tor geöffnet springen wir mal runter hey kollege ich weiss wozu du hier bist du willst mich bitten aus abflug zu machen aber den gefallen kann ich dir nicht tun kollege haben einen sonderauftrag weisst du soll was ganz bestimmtes ausgraben wir können uns duellieren klar vielleicht kriegst du sogar was wenn du gewinnst aber wenn abflug kann ich nicht machen po3 wird es verstehen äh machen wir mal die kleinwaffe hier in die ecke weisst du was kollege ich darf den blick nicht von meiner arbeit abwenden ich geb dir das hier hör der andere gib einfach auf hier nimm dein päckchen ok und jetzt geh ich muss mich konzentrieren hey ist das po3 wird mich fett dafür belohnen er hat dir erinnert dass es richtig rumglitscht was ist das ok keine ahnung noch ein päckchen mehr noch ein päckchen mehr ok gib mir diesen diesen stack noch mal wow du hast sie damit geschlagen also gut vielleicht sind mir irgendwelche synergien entgangen lass uns loslegen siehst du die förderbänder genau wie in meiner fabrik zumindest sollte sich damit deine spalten aufstellung testen lassen oh natürlich hab ich gerade nur fett teures zeug siehst du wie das funktioniert ok dein zug oh ich bin fast tot kann ihn einfach ziemlich voll spammen oh ich bin schon tot oh mein gott du hast die kisten beim tempel geöffnet stimmt's du brauchst bessere karten wir versuchen mal der alte datenbagger wollte nicht aufs band hüpfen keine sorge das geht in ordnung noch ein kampf was ist jetzt eigentlich mit diesem glitsch ding du machst einen anfang keine ahnung was mit diesem glitsch ding los ist was das teil von mir wort hier hast du ein eichhorn ich hab gepasst du bist am zug stellen wir das teil mal hierhin ich zerstör gerade das ist ein halbes feld oh ne ich hab keine energie stelle den hierhin stell den hierhin so ist wieder einiges draufgegangen blockieren wir eine seiner karten mach den hierhin dann hab ich nicht mehr genug energie ey warum kannst du nur ich damage man ich bin fast tode holy äh eichhorn sehr nice der bolzenhund gehört jetzt mir jetzt kann ich mich hier ein bisschen rausseifen aus dieser miesen lage dieser komische hüpfer typ okay wir machen gerade gut damage oh der scanner läuft welche karte soll ich scannen nur ein scherz natürlich die mit den besten werten die werte könnten besser sein oh mein gott du bist dran oh mein gott er hat mir alles kopiert der dreck sagt mach den da hin ich soll jetzt oh yes wir haben gewonnen pff du hattest ganz schön viel glück auch mit perfekten perfektem spiel kommt man wohl nicht gegen ein mord dussel an wir haben drei von vier jetzt ist nur noch leschi wir haben alle besiegt geschätzt du hast gewonnen du willst zum wachschreiben der bestien werden dieser dümmliche klotz überleg es dir lieber nochmal okay das hermelin ist ziemlich unfreundlich hier was ist jetzt eigentlich mit diesem glitch teil keine ahnung ist aber verschwunden okay gut dann hätte ich gesagt gehen wir das nächste mal zurück oh hier ist ein Haus oh die Typen äh oh du hast uns hier gefunden das ist gut das ist gut wir brauchen wir brauchen wir brauchen du blätten siehst du das diagramm zwei davon danke dir siehst du das diagramm zwei davon bitte okay wir haben kein wir haben nicht zweimal einen toten gräber okay kann ich hier sonst noch was machen nee okay what the hell ich bin masslos verwirrt gehen wir zurück zu Lashy so aber bevor wir hier weitermachen hätte ich gesagt ich bedanke mich herzlich für das zu sehen wir sehen uns in der nächsten folge von inscription wieder schaut gerne meine anderen projekten vorbei hätte ich gesagt bis zum nächsten mal mal Untertitelung des ZDF, 2020